So steht Robert Franz jeden Früh auf. Ich wohne da in den Ibiswald. Jede Früh stehe ich auf, genießt die Natur, genießt den Ausblick unendlicher Freiheit und dann mit meinen Hunden mit dem Mammutbaum, der für Beständigkeit steht, was ich auch gemacht habe. Jahrlang beständig bin ich geblieben gegen die ganzen Systeme, was sie bekämpfen, was sie eigentlich uns bekämpfen. Ich bin ja keine Einzelperson, ich bin für alle da zuständig auf diesem Planeten. Aber diese Freiheit, dieser Ausblick sagt mir, wir sind auf dieser Welt freie Menschen, wir dürfen uns nicht nur unterdrücken lassen, wir haben das Recht zu leben, wie jeder Baum, wie jeder Vogel, der frei über jede Grenze fliegt, ohne kontrolliert zu werden, von Zollämtern, davon alles, aber an der Mammut und abgesehen. Und ich werde helfen den Menschen wieder frei zu sein, selbst mit dem Preis meines Lebens. Das ist unendliche Freiheit.